Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tales of this Barrier und wir sind wieder in dem Forst von Gurtor und ja wir müssen ja da sind die Dings drin wir müssen hier rüber und die Hopplon-Bastia loswerden die uns hier beschießen also den einen haben wir schon deaktiviert aber da werden wir von dem einen wenn wir einen deaktiviert haben hat uns ja der andere beschaffen indem wir uns dann jetzt noch kümmern müssen der dürfte eigentlich auch nicht mehr lange überleben ja du hast irgendwie recht so aber immer irgendwie immer noch keine haare dinger ich eigentlich bräuchte um um abzugreifen warte mal nein da unten war ich noch nicht dann denke ich sollte ich mal da runter ok da komme ich gerade noch nicht runter also hier geht es nicht weiter deshalb muss ich hier erstmal hoch da wahrscheinlich in die Höhle rein und hier gibt es halt noch Beitscheid der Königin das sieht irgendwie seit Domina mäßig aus den nehme ich noch mit komm yo das war das war relativ gut der sollte nicht mehr lange überstehen komm warte mal habe ich nicht noch ja ich glaube wenn ich möchte immer war da was das hat doch gepasst neufälligkeit ist doch auch ganz gut aber jetzt erstmal hier in die Höhle mal sehen was dann hier kommt gehen hör auf duh süß mit das Dieses Mal sieht der alte Mann ein bisschen schlimmer aus, warum. Der alte Mann? Willst du dieses Mal raus? Wenn du mich hinterlassen, dann ist es kein Platz, um mich zu gehen. Komm schon, sogar Yuri würde dich hier nicht gut verlassen. Und in any way, du könntest immer wieder zurück in Altos gehen, nicht wahr? Hm. Es gibt immer das, ich glaube. Sie sind... Wie soll ich sagen? Ich bin das gleiche als ihr euch. Oh, wirklich? Gut, das heißt, da sind wir schon mal durchgekommen. Okay. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir sobald wir den zerstört haben, dass dann der Nächste kommt, der uns angreift. Ich habe irgendwie halt einfach so dieses Gefühl, dass das passieren wird. Gut, warte mal. Komm. Geh doch. Die Pollen sind weg. Wer möchte denn auch schon gerne so einen Pollenbolzen da haben, der um sich herum fliegt? Was ist? Oh, fuck. Dumm gelaufen. Egal. Die sind wenigstens gut. Die haben wenigstens gute Leben. Punkte und sowas alles. Das heißt, die sollten das doch hier jetzt veröffentlicht. Das ist ganz gut. Aber... Komm, mach die fähig. Ja, der F.O. hat das erste genommen. Okay. Gut, es ist mir relativ egal. Ihr seid nicht mein Hauptteam, daher seid ihr zumindest gerade nicht so wichtig. Wo komme ich? Okay, da ist eine Kiste, die wird mitgenommen. Okay, hoppala. Gut, da habe ich schon mal alle drei getroffen, das ist wenigstens etwas. Okay. Ich hoffe ich mal so viele TP, das ist. Das ist nicht so ganz optimal. Aber wie sieht es eigentlich aus mit, äh, wow, okay. Na, Jude fehlt nicht mehr ganz so viel. Aber hey. Okay. Geil. Noch mal wieder, mhm. Anders gesagt, da, ja. Geil. Wieder hier. Weiter. Komm, weg mit euch, ihr dummen. Ja, das dürfte nicht so lange dann durchhalten, denke ich. Komm, geht auf. Jo, funktioniert. Gut. Jetzt. Zeit. Ah, ja, da steht der Edding. Schade, weil den eigentlich schon Traum bringen, aber er kommt. Den soll ich doch eigentlich ganz gut verwegen können. Das ist nur ein einziger... Ich denke, den kann ich ganz gut verwegen. Ja... Dit war vernünftig, will ich mal so behaupten. Gut, dann... Ah, Specherpunkt. Das ist doch schön. Gut, wahrscheinlich muss ich da weiter hoch, deshalb check ich erstmal hier unten ab. Was ist denn... What the heck, wo lauf ich denn... Okay, wahrscheinlich muss ich da vielleicht doch... In Anführungszeichen später, als du denkst. Gut. Gut, dann... Gut, dann... Komm... Gut, dann... Geht auf... Oh... Aha... Ah... Versteigte Wagen von Zaubersprüchen... Anders gesagt, wäre wahrscheinlich was für... Ähm... Rita? Ja, vielleicht auch am Stay. Wobei Rita... Wahrscheinlich am ersten... Auch der O Hat ja! Jane... Wie war das? Ach komm, einmal abchecken, was hier so ist. Ähm, nein. Mh, nein. Nein. Kann ich mich auch mal treffen? Ja, okay. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass es da weitergeht, dass er... Ich bin jetzt gleich, wahrscheinlich wieder zurück. Komm, yo, das hat auch nicht mehr lange. Komm. Einmal hopp. Jupp, sehr schön. Komm, geh weg, geh weg. Einmal, geh doch. Hm. Okay, cool, dass ich hier nochmal hingehen bin. Das ist also irgendwie wieder eine Mimik. Und tschüss, Mimik. Hm, 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 hm. Oh, Türkis. Ihr Seid ihr hat das hier, wer der Beschützen uns erhöht das Glück stark, okay? die hähnchen wir noch mal herz gemacht da bin ich nahe los weg mit euch auf mich abzuwecken das ist nicht ganz gemein wenn ihr mich abläuft da flog gerade was durch mein bild könnte auch rita gewesen sein tödliche tödliche übertritt klingt ja auch lustig gut aber jetzt erstmal wieder speichern nach dem abstecher und weiter nach oben ok ok da kommt ok das hat mir nicht viel gebracht weil der da im unverwundbar klinge war ok das macht nur noch zwei die sollten aber gleich auch weg sein gut ja nur noch einer übrig der hält nicht lange durch nicht bei der trug das ist nicht lange durchgehalten ok die anderen sollte auch noch offenbar das ist jetzt komisch mit jemand anderen zu kämpfen als normal das ist echt etwas also ich weiß schon warum ich juli sofort zugeheizt ok da war also ein magier deshalb wurde der immer wieder geheilt wahrscheinlich ist er noch ein weiterer magier oder das könnte auch das könnte auch dings gewesen sein einfach ähm naja der alte mancher gerade raven so raven ja 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 Wie können wir dir sagen, dass wir dich nicht beantworten können? Freunde... Meine... Es ist nicht jeden Tag, dass wir dich sagen können, dass du so süßes Dinge sagen kannst, Rita. Sollte dich auf! Komm schon, wir müssen uns den Hoplamp-Plastia stoppen! Okay, okay. Du hast alle gehört, die Frau. Freunde... Patty, was machst du? Komm, Patty. Oh, wie süß! Oh, wie niedlich. Oh, das ist echt niedlich. Okay, ich denke, ich sollte nochmal speichern. So, dann... Okay, die ist hier auch noch eine Truhe. Also... Komm, weg mit dir! Komm! Ey, hör auf mich abzulecken! Komm! Ey, so, wenn du dann mal... Ich denke! Du Käferchen auch der weg! Komm! 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 was ist jetzt in der truhe muschgummi warte mal kurz kommt ja mir fällt gerade ein sorry gab es da nicht ein paar interessante sachen ok peitsche der königin funktioniert also kommt das gut nehmen wir den noch mal mit sowieso nicht so was wir auswählen gegen mich weg mit dem gut mal sehen was jetzt hier wieder los ist ich finde ja interessant wir laufen gerade die ganze mit der prinzessin rum also kennen die die prinzessin nicht beziehungsweise wieso meldet sich estelle als prinzessin nicht zu wort und verlangt erklärung von denen beziehungsweise sorgt dafür dass die halt nicht damit aufhören und auch ja heißt das jetzt die sich dem geritter im weg stellen die werden als kriminelle geachtet heißt das dass die prinzessin estelle ist kriminelle oder was ist los kommt wieder das schwert von der hatte ich schon mehrere wir sind nicht zu schwach ok die teilen sich auf das heißt wir haben uns von denen getrennt oder was oder kommen die wieder das ist ja auch geil ähm ja ok ohne Rita und dafür mit Carol aber ich habe aber ich habe wenigstens hier neue wie oft muss ich das Ding eigentlich noch einsetzen bevor ich gelernt habe das verstehe ich ja noch nicht ganz gut gut ja 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 ok damit haben wir sehr schön das heißt nur noch du bist übrig ja ich habe es noch kein war ich weiß es ist noch alles wird Okay, was jetzt? Ist ja auch eine geile Glocke. Wow. What the fuck? It looks like they won't keep it open for us very long. We should hurry. Fawol! Okay. Das sieht aus wie eine Qualle. Was? Eine Stadt? What about that huge thing? It looks like a living creature. It's a floating jellyfish. Okay. 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 Und beende hier mal die Folge. Und in der nächsten Folge betreten wir dann Miorso. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh. Okay.